Servus und habe die Ehre. Heute sind wir mal wieder im Wald und zwar im Odenwald mit Marcel, nicht in Niederbayern und schauen dem wieder zu, wie er in einem Baum fällt. Heute geht es um die Steigerung der Effektivität bei der Baumfällung. Untertitelung des ZDF, 2020 Warnruf und dann Durchtrennung der Stützleiste und jetzt bitte genau aufpassen. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich. Zwei Bäume mit der Sicherheitsfeldtechnik absolut souverän gefällt. Also liebe Freunde der Waldwirtschaft, das war es für uns wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Marcel, dir wieder ein herzliches Dankeschön für das Videomaterial. War wieder sehr beeindruckend und bis demnächst auf dem Kanal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann, Servus.